Hey Dudes, wenn ihr gerade Online-Unterricht habt und euch absolut langweilig ist, kommt jetzt in meinen Stream. Ich stream ab jetzt relativ häufig morgens von Montag bis Freitag, einfach um euch die Schulzeit einfacher zu machen. Nicht im schulischen Sinne, sondern im Unterhaltungssinne. Lass uns ein bisschen labern, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen zocken. Bis gleich.